1...6... Push! Nein! Der Riss ist gut, aber... Go! Es ist beim Bessler passiert, nicht einmal im richtigen Spiel. Ich habe einen Riss im Knochen. Die Prellungen gehören dazu. Blaumöse. Hier. Ja. Es gehört dazu. Es ist jetzt schon besser. Aber wir haben immer wieder eine verletzte Frau. Das ist ein bisschen so. Ich finde es cool. Es ist Familie. Wir leiden zusammen. Ich habe jedes Mal scheiss mich an die Match. Aber es ist gleich. Es ist der Teamgeist. Wir kämpfen zusammen für ein Ziel. Und es ist nicht Ego wie andere Sportarten. Who is the catcher? Das ist ein bisschen... Ich habe die 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 Vielen Dank.